einen schönen guten tag und willkommen zurück zu im live so da mache ich da weiter wo ich letztens aufgehört habe mit kapitel 4 staub so letztes mal bin ich hier von vom einkaufszentrum genau wieder zurück auf der straße und jetzt muss ich hier da wo das fragezeichen ist dort ist hat eine politik ist lieben muss ich halt bergen genau dann einmal schauen und da liegt was okay schwärzmittel so karte zeigt okay hier ist alles komplett zu vielleicht ist hier noch was nein hier ist gar nix sieht auch wirklich alles staubig aus hier muss ich unterrutschen ok halte rt halten um abzubremsen während sie rutschen ok so kann ich auch ein bisschen lenken mal schauen die brauchen wasser aber keiner da ja auf jeden fall mal einmal hochklettern hier noch mal runterrutschen sonst ist hier gar nichts hier nochmal runterrutschen okay man merkt die sicht wird immer eingeschränkter durch den vielen staub sie müssen hang herunterrutschen um die straße zu erreichen ok so ein dichten staub wird ihre ausdauer ständig verbraucht bis sie sterben ok das noch eine karte hat sich aktualisiert ok gut dann ist mal schneller einmal hochklettern klettern sie über den staub ok also hier ist nix hier ist auch nix ok wenn man halt im dichten staub ist verbraucht man ausdauer aber wenn ich über den staub bin halt dann ist alles gut dann ist alles gut hier kann ich runterklettern hier drüben auch hier auch hier ist sicher nix hier ok karte sagt ok hier ist alles eingestürzt hm ok jetzt kommt die frage wo kann man denn wo kann man denn ich klettern ich kletter mal einmal hier runter hier könnte ich ja überall runterklettern ok ja nehme ich mal die goldene mitte ok im dichten staub wird hier ok ok dann schnell mal hier mal hier ist nix ok hier kann ich raufklettern ok hier liegt was schmerzmittel und Obstsalat ok hier kann ich raufklettern jetzt habe ich jetzt habe ich äh jetzt kommt die frage nein Obstsalat wird die Ausdauerkapazität ok ich werde das mit äh kst kst so ok hier ist oh hier liegt was eine weinflasche ok jetzt werde ich mal einmal äh konserve ja dann halte ich auch beides zack so hier habe ich auf jeden Fall eine weinflasche gefunden so jetzt gehe ich einmal hier rüber aber bevor ich halt meinen enterhaken verbrauche äh zack oh äh war es das echt schon mit diesem Kapitel? ja genau bevor ich meinen enterhaken für so eine kleine kletterpassage verbrauche lieber mal einmal kurz äh sich belasten und dann nachträglich irgendwas wie Obstsalat oder so benutzen halt so ich würde mal sagen das war es dann auch wieder fürs erste ich hoffe es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch bis bald und tschüss so jetzt so jetzt so jetzt jetzt so jetzt